Chaos beseitigen. Ja, aber denn nur so 1, 2, 3, aber nicht mehr. Sora? Sora? Wieso? Hauptspieler getrennt. Ja. Cool. Eigentlich überhaupt nicht. Hups, das hab ich jetzt... Schön. Deshalb... Musst mich nochmal neu anladen. Hurra! Ist auch was schönes. Definitiv. Genitiv? Oh, ich muss den Aufwand abbrechen. Hast du gut gemacht? Kollege. Ja. 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 Wie hat die... 2K-Leitung, hm? Na, wenn du gespammt hast. Ja. Na, ist so. Die ganze Zeit gespammt. Ja. Was denn auch sonst? So. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Ganz tief drin. Ganz tief drin. Ich steck am tiefsten drinne. Ich steck so unterhalb drinne. Was? Ah, ja. 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 Da muss ich wieder springen. Doch mit Escape. Ah. Bin ich nicht gut? Ich steck in diese Stadt. Ich steck in diese Stadt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dein Spiel mag das nicht. Bist du schon mal rausgeflogen? Mission. Ja. Ach, lol. Irgendwie habe ich das Gefühl, nein. Okay, wir sollten vielleicht nicht am Anfang solche Waffen einsetzen. Soll einfach mal ein bisschen weglaufen. Und die Welt regenerieren lassen. Ich brauche auf deine Anleitung. Okay. Gibt's schon? Aha. Ach so. Immer dieses Laden. Kann ich? Ja, klar. Hoffentlich ohne Absturz. So. Wieso erstmal ein bisschen weggehen? Hast du jetzt schon wieder die Schockwaffe genutzt? Ich habe gar nichts genutzt. Aber wieso sind die denn alle geschockt? Von meinem Buff. Was für'n Buff? Von deinem Buff. Ich habe gar keinen genutzt. Vielleicht sollte ich mir mal beide das Spiel starten. Äh, okay, gut. Ähm. Ja. So. Bla 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 bla. Gut. Hoffentlich ohne dieses, äh... Abstürzen da. Oh, disconnecten. So. Weil ich habe ja eigentlich keinen Blitz-Buff drin mehr. Und ich gehe ja auch komplett aus der Masse raus. Naja, jetzt geht's ja wieder. Anscheinend. Ne, jetzt laufen sie wieder alle... Okay. Ich komme in das Haus nicht rein. Kommst du auch nie ins Haus rein? Nächst drin. Ach ja, bei mir kam jetzt erst die... Das Protest... Äh... Kack da. Ob das jetzt effektiv war? Ne, das ist überhaupt nicht effektiv. Ne, das ist überhaupt nicht effektiv. Ach, der schaut immer so lange in dem Laden. Mit dem Aufladen. Wo kommen die ganzen Blitze her? Ja. Ja, von mir. Hör auf damit. Warum denn? Ja, weil damit... Sagt es, ich soll den Blitz-Buff benutzen, weil du die Feuerbuff hast. Also benutze ich den Blitz-Buff. Ja, aber den Blitz-Buff tut es irgendwie bei mir so... Das war meine wunderschöne Dase. Ich weiß, wo sie sich halten, Kinsey. Keith? Wir hatten einen Deal, mein Freund. Jetzt, was soll ich mit einem schlafen kleinen Junge wie dich machen? Ah... Ah... Enjoy your requiem, Mr. Tick. So, das ist Herr der Blitz-Nightmare. Matthew? Bist du da? Great. Das besser nicht enden, mit mir zu gehen. Müssen wir da lang? Ich dachte, das war eben ne Frau. Mitten killed. Schau, du wunderschöne Mutter! Hey! Bleib weg von mir! Keith, du kennst besser! Ich weiß nicht, du wunderschöne Mutter! Hast du gerade Quick-Time-Events oder so? Nein. Das stimmt. Du wunderschöne. Du wunderschöne. Du wunderschöne. Du wunderschöne. Du wunderschöne! Ich gebe dir eine Wahl. Du wunderschöne! Geh weg von mir! Sie haben ihn zurück. Hey, ich bin Roddy. Roddy Piper. Hey, ich bin Präsident des USA. Natürlich. Warum nicht? Nun, Prez? Wir haben Besucher. Wir müssen, dass er den nicht töten soll, ne? Den kann man nicht töten. Weil dir sollte man bestimmte Waffen entziehen. Du wunderschöne. Jetzt wunderschöne. Ich verstehe es nicht. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, wir können ihn nicht aufhören. Ich hoffe, wir können ihn nicht aufhören. Er ist die einzige Chance, mein Freund zu finden. Ist das jetzt mit Absicht geschlossen, oder? Ne, da war ein Gegner. Ja. Na klar. Vielleicht soll ich ja aufhören? Das ist egal. Klar war dein Gegner. Und da auch wieder, ne? Ne, das war jetzt mit Absicht. Ne, das war jetzt mit Absicht. Ich muss doch mal meinen Slip immer so rausziehen. Und dann zurückklatschen. Ey, weißt du, damit rennst du eigentlich nur durch. Wo ist denn der Spielspaar? Habe ich? Ich nicht. Denk doch mal, denk doch an mich. Ja, macht Spaß. Richtiges Auto. Wahrscheinlich ist das nicht mal der Gestalt. Ich lass dich mal den 300 Meter vorlaufen, ne. Kann sicher austoben. Mann, du tobst dich zu viel aus. Das ist voll OP. Es waren so viele Gegner. Und die hast du jetzt alle mit einmal eigentlich so. Na klar, wurden sie. Werden sie. Wurden sie. Ah, nimm doch mal dein geliebtes Katana. Und mach mal alles bei Hand. Wie damals. Die geliebte Handarbeit. Komm, du Automatik. Ja, ja, greif rein. Ah ja. Ja. Tief rein. No, the brainwashing is too ingrain. I'll have to feed her. If you want to know where your friend is, now is the time to ask. Where's Kinsey Keith? Oh. Where did Zinyak put Kinsey? Tell me Keith. She's. She's. She's in. Ist er jetzt tot? Auf die gemulken und auf einmal. Duh dun 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 dun- Ah наша comprigation. Auf enden. w system zrobłych zu werden. YouTube. Es wäre doch immer Cohage. Und wenn du sie so wie senken das ist so jetzt habe ich ungefähr noch sieben minuten ob sich da irgendwas sinnvolles an findet ist die nächste frage ich habe dann ja noch alles du leckst sowieso gerade jetzt leckst du nicht mehr du leckst doch ein bisschen doch was machst du gerade leckst aus runter also uns für noch 38 insgesamt so mehr objekte den rest haben wir denn also da haben wir alles ein paar ein bisschen rumfliegen kann ich jetzt noch wohin es gibt wo sind goldens hit wir haben auch schon monatelang nicht mehr habt ja dann bringt ja total gar nichts vielleicht ist er ein sammelobjekt wie kannst du denn behaupten dass er denn keins ist was ist wenn du es nicht weißt du weißt gar nichts ob hier irgendwas ist irgendwo auf der insel muss doch irgendwo eins sein was sein die blauen punkte sind was man mal polizisten jetzt waren die roten punkte einer hat mich davon erwischt es gibt halt ab und zu die blauen punkte auf der karte wie people hat das war keine ahnung ist gut mit datensammlung nicht diese blauen punkte ne doch polizei erstmal eine weggebogen was ist denn das rot hier ob ich das kaputt machen kann ne anscheinend nicht oh jetzt noch audio spalt nicht auf gold machen zeitlich wird das nichts oder ja wohl zwei minuten tempos spalt einfach das nicht warum wir das auf gold nicht haben da frage ich mich auch bestimmt der allererste als es geht wenn ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020